schon fast eins Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Shit, ich habe hochgeschüttelt. Bro. Oh. Oh. Tschüss. Sorry. Drohne. Oh. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Oh. 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 Befeindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Scheiße. Asami. Hinter dem komischen Dinge da. Eigener Togradgegner eliminiert. Nett. Ich wollte gerade an dem Moment ansetzen. In dem Moment war es zu spät. Ich muss mir selber erstmal einen Überblick verschaffen über die Situation. Wenn ich sehe, dass da ein Linkspenser ist, wollte ich gerade was ansetzen. Ich muss kurz füsen und in dem Moment war es aber schon dran. Ich muss kurz füsen. Ich muss kurz füsen. Ich muss kurz füsen. Bereit zum Eliminieren der Heinde. Ich muss kurz füsen. 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 Kommt! Kommt noch einer hinterher! Pfff! Ja! Oh Mann! Pfff! Die Gegner sichern den Behälter. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sofort eingreifen! Ein Operator zu verabschieden. Sie haben unsere Versuche, den Behälter zu sichern, eingeschickt. Eigentor-Behälter. Mission gescheitert. Ich hätte aber klappen können. Pfff! Da! Pfff! Bereits zum Elitieren der Feinde. Es bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ich muss nachladen. Präpariert. Elektro-Kralle ist an. Begebracht. Kiba aktiviert. Wir sind bereit. Zu ganz schwerer angebracht. So ein bisschen nach unten. Reinschauen wir mal. Ich werde ihn mal im Auge behalten. Wand verstärkt! Hm. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Egal, ich kann... Danke. Unfassbar. Egal. 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 Die wollten's wissen. Ja. Ich glaube, wir sind gerade alle übel zum Gehen. Gut, wir haben ein Uhr in der Nacht, ne? Aber wir haben eigentlich gut gespielt, die letzten. Ist okay, wir hören uns ja nächste Woche dann. Oder? Ja. Also ich wäre auf jeden Fall da. Ich muss unter Riss arbeiten. So weit kann ich noch nicht planen. Also nächste Woche ist safe, ja. Aber danach die Woche, keine Ahnung. Aber selbst wenn Markus nicht da ist, könnten wir ja trotzdem spielen, wenn die anderen da sind alle. Mal schauen. Gut, bis zum nächsten Mal. Also da more tao. Bye. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020